Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Let's Play Portal Stories. In der letzten Episode habe ich mich ziemlich dumm angestellt, aber wir haben es geschafft, hier durchzukommen und sehen uns jetzt vor allem die nächste Testkammer an. Ich bin gespannt. Ich bin so gespannt. Mein Hirn tut schon richtig weh. Das ist gerade... Ich weiß nicht, warum ich da meinen Kopf nicht rumgekriegt habe. Es war so einfach. Es war einfach so einfach. Jetzt kommen die Hardlight-Butten. Oh Gott. Oh Gott. Das sind keine Würfe und Geschwindigkeit hier. Ein Würfe und Geschwindigkeit hier. das laserfeld sollte es eigentlich auch sein oder die müssen alle drei aufhören ha ja 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 Ich weiß, was macht das? Wo ist denn? Ah! Ich habe eine gewisse Zeitspanne, in der ich das schaffen muss. Uh, ja. Ups. So, wir haben eine neue Seite. So. Ähm. Leicht verwirkt, warum ich das brauchen sollte. Weil ich immer noch nicht weiß, wo diese Schein... Oh, da ist die Tür. Uh-huh. 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 Würde ich da rüberkommen? Ich glaube nicht, dass ich da rüberkommen will. Probieren es einfach raus. Nee, komme ich nicht. Ah, okay. Das hätten wir jetzt schon mal getestet, diese Theorie. Ähm. Könnte ich das mit der... ... mit der Hardlight... ... Dridge machen? Würde das funktionieren? Das könnte funktionieren. Äh, nein, dann sind meine Portale ja auch weg. Oh, Hirsch! Das war falsch. Hirsch. Ich füge der Hirsch. Hey, funktioniert das hier auch? Ernsthaft? Ich kann stoppen hier. Okay. Okay. Ich kann es nicht mehr schäuern. Ich kann es nicht mehr schäuern. Ich kann es nicht mehr schäuern. erst machen muss, ist das hier. Dann das da. Wir müssen uns jetzt erstmal Auspuff vorlesen. Ja, das funktioniert. Das funktioniert super. Ist gut zu wissen. Wenn wir das Öffel nicht... Kann ich nur nicht durch dieses... ...Portal durch, doch kann ich. Ah, okay. Dann tut mir das doch auch. Das ist super. Wieso auch, dass wir jetzt bei dem ganzen Kram nicht so ganz sicher, ob das Back ist oder nicht. Die eben auch durchgekommen. Ne, warum kommt der Würfel nicht mit durch? Würfel? Ne, Würfel hat wohl glaube ich keinen Bock. Ist ein Würfel irgendwie... Huch? Ich muss den Würfel irgendwie anders nach hier schaffen. Ist irgendwie eine andere Option. Wenn ich den Würfel hierher bekomme. Boah, dann komme ich hier auch nicht mehr raus. Ja, das ist einfach vollkommen falsch, warum ich das wieder gemacht habe. Ich muss den ganzen Kram jetzt echt nochmal machen. Diesmal aber richtig. Ich weiß nicht. Achso, ne, das will ich hier gar nicht sagen. Ups. Ja, das scheint wohl ein kleiner Bug zu sein. So. So. Wollen wir mal hier durch? So. Ups. Ach, komm. Okay. Du Mann und Würfel. So, dann das nämlich. Dann will ich das nicht haben. Da sind wir da. Das sind wir da. Würfel. Dann schon mal rüber. Wieso geht das jetzt nicht mehr? Huch? Okay. Okay, das scheint zu funktionieren. Wie gesagt, immer noch nicht ganz klar, ob das so gesollt ist. Also, so soll oder nicht. Fett. Das ist ein Tor, danke. Aber es hat funktioniert. Also gebe ich einfach Fett. Okay. Okay, also. Der macht dann das Tor wahrscheinlich aus, ja. 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 Große Preisfrage. Das war ein Gitter vorne. Das ist das. Jo. Da kann ich jetzt nicht drüber gehen. Das hier mal machen kann. Ähm. Was auch nicht so ganz funktioniert. Das ist natürlich dieses hier. Ha. Wir sind irgendwie wieder am selben Punkt angekommen wie eben gerade. Würfel uns nach hier. Das ist so die Quintessenz. Die Frage ist, kann ich den Würfel? Kann ich den Würfel einfach so durchziehen? Was? 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 Was gehts hier im Kreis? Okay. Geht der Würfel durch? Tötet das nur Menschen oder Tötet das auch Würfel? Es tötet auch Würfel. Das ist natürlich so optimal. Oh. Jetzt inspiriert es, wenn wir durchzukommen. Das werden wir wohl gleich erfahren. Ich muss die ernsthaft den Würfel jetzt auch noch hier Armor von drauf bringen. Ja, über Toks langsam. das ist dann echt ein scheiß würfel? wisst ihr das eigentlich? jetzt bin ich hier oben! geil und wie kommt der würfel jetzt hier hin? ist hier irgendwie eine möglichkeit den würfel irgendwie mitzunehmen was ist denn eigentlich da hinten hin? da vielleicht einfach mal einen zweiten würfel her? ja da kriegt man einen zweiten würfel, dann kann ich mal wieder aufhören mich da andauernd hier rum zu wedeln und wie komm ich da hin? da drücken soll ich einen anderen würfel kriegen? gliedoglied würfel? laser würfel? da ist auch laser da kam laser raus geschossen unter mir laser mit laser was habe ich jetzt gemacht? was bringt mir das jetzt? unsicher was mir das gerade gebraucht hat sagte er irgendwie weiter ich glaube ich verstehe was die von mir wollen ich verstehe es glaube ich doch nicht ouch hm 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 Die sind irgendwie schwerer als die aus den ersten Bordel. Da muss das Ding... Das kann ich mit den Würfeln theoretisch machen. Nur theoretisch. Faktisch ist das natürlich nicht ganz so geil. Ich komm nicht drauf. Ich bräuchte da noch einen von. Da sind die kleinen Stolz irgendwo nochmal. Wie krieg ich den Laser jetzt da hin? Also wenn ich den Laser hier ausschalte, dann geht wohl irgendwie alles hier aus. Oder was? Ich checke es gerade nicht. Das ist schon wieder so ein Raum, wo ich es nicht checke, was ich tun soll. Wo ich das Rätsel halb gelöst habe. Ich muss die Tür aufgehen. Ich muss nicht... Jetzt bräuchte ich hier noch einen zweiten Würfel. Kann doch eigentlich nicht wahr sein. Da muss das hin. Da muss das noch hin. Da muss ich einfach sagen... Ouuuch. Woher kommen denn jetzt zwei daher? Schon irgendwie lustig. Liegt da ein Würfel einfach drin, ne? Kann ich mit dem was anfangen? Das Ding hier scheint auch nicht so ganz gerade zu schießen, oder? Hat das ein Überwandnis? Nein, ich kriege nur Einwürfe Den muss ich wohl arbeiten Da ist das, okay, das bringt mich hier so auch nichts Ich bring hier, ey, das sind ja die Rainfucks, das sind richtig harte Rainfucks Jetzt nochmal angenommen, ich krieg das jetzt so So gemacht Dann ist dieses Ding hier einfach nur ein Stückchen weiter vorne Das ist doch, warum er mir das bringen soll Jetzt sind ja, ich gehe immer wieder das Jetzt kann ich das machen Boah, ich kriege trotzdem den Würfel von da oben nicht weg Das ist nicht schnell genug, ey, das ist ja auch keine Timing Sache Mit der ich das hinkriegen müsste Es gibt hier irgendwie eine Lösung Und ich find sie nicht Was willst du mir sagen, Spiel? Bitte Was willst du mir sagen? Das hier oben muss auf jeden Fall mit diesem Einwürfel gemacht werden Was ist das? Das hat mich gemacht wird Ah, ich bin mir laut Das hat mich Ich komm da gerade echt nicht drauf, Leute. Ich komm da gerade echt nicht drauf. Wenn ich das mache, müsste der Würfel schon hier drin stehen. Das kann er aber gar nicht. Das kann er aber gar nicht. Kann nicht da schon drin stehen. Wenn ich ihn wieder oben brauche. Ja, da hat er wohl auch keinen Bock drauf. Ich kann das hier halt jetzt auch nicht einfach irgendwie clever umleiten oder so. Das geht halt irgendwie auch nicht. Und dann müsste ich natürlich noch diesen Laser hier rauskriegen. Wie ist denn der Laser da raus? Wie ist denn der Laser da raus? Wie kann ich diesen Laser hier raus umleiten und den Würfel mitnehmen? Das sind zwei wirklich essentielle Fragen und ich kann sie nicht beantworten. Ja. Folge ist damit jetzt eigentlich auch schon vorbei. Und ich überlege mir nochmal ein bisschen was. Vielleicht komme ich auf die Lösung. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020